Sehr geehrte Aussteller und Besucher der IMM Cologne, mit großer Mehrheit hat sich der Fachbeirat der IMM Cologne heute für das von der Köln-Messe vorgeschlagene Konzept der Spring Edition im Juni 2023 ausgesprochen. Damit setzt das Gremium ein wichtiges Zeichen für die Zukunft der IMM Cologne. Die IMM Cologne passt mit dieser Entscheidung ihr Konzept für das Jahr 2023 an die Herausforderung eines sich verändernden Marktes an. Wir danken dem Fachbeirat der IMM Cologne und natürlich insbesondere der deutschen Industrie, dem Handel und auch den Einkaufsverbänden für ihre aktive Unterstützung. Die Branche hat sich für eine starke Einrichtungsmesse in Deutschland, dem umsatzstärksten Markt in Europa ausgesprochen. Wir glauben ganz fest daran, dass gerade in herausfordernden Zeiten Deutschland eine reale Plattform mit international starker kommunikativer Ausstrahlung braucht. Die Spring Edition steht dabei auch als Synonym für Aufbruch, denn wir wollen Neues ausprobieren und so ausgetretene Pfade verlassen. Sie als Aussteller oder Besucher erwartet eine kompakte Messe-Experience. Vier Tage Messeerlebnis mit einem klaren Fokus auf Fachbesucher. Indem wir jetzt den Termin für die IMM Cologne Spring Edition vom 4. bis 7. Juni 2023 festlegen, wollen wir für Sie Planungssicherheit schaffen. Und unsere Vision für 2024 und folgende ist, die IMM Cologne und die Living Kitchen als Forum für die Zukunftsfragen der Branche auszubauen. Auch diesen wichtigen zweiten Schritt werden wir natürlich in enger Abstimmung mit der Industrie und auch den beteiligten Verbänden in den kommenden Wochen und Monaten angehen. Vielen Dank! Vielen Dank!